Was ist das Schriftliche Gebot? 360.000, 360.000, ein telefonisches Bietergefecht. 500.000, 500.000, 550.000, Telefon Mister Geiger. 600.000, 650.000, 750.000, 750.000. Zum Ersten, 750.000, telefonischer Bieter. Zum Zweiten, 800.000, neuer Bieter. 800.000, 800.000, 850.000, 850.000, Telefon Biet. Zum Ersten, 850.000, zum Zweiten, und 850.000, 850.000, telefonischer Bieter. Zum Dritten. Ich gratuliere. Damit wurde binnen 24 Stunden ein Spartenrekord eingestellt. 80.000 ist hier, 80.000 ist hier. 80.000, 85.000, 90.000, 95.000, 100.000 ist hier. 110.000, 120.000, 120.000. 180.000, 180.000, telefonischer Bieter. 420.000, 440.000, 460.000, 480.000, 480.000, 500.000, 550.000, 550.000, Telefonbit. Zum Ersten. 600.000, 650.000, 650.000, Telefonischer Bieter, 700.000, 750.000, 750.000. Zum Ersten. 750.000, Telefonischer Bieter, zum Zweiten. Ich verstehe, dass man dann ein bisschen Zeit braucht. Am Telefon, 750.000, zum Dritten. Gratuliere! Die Nummer 128, schriftlich vorbeboten, auf 200.000 und 200 Euro. Das nächste wäre 220, geboten. 220, 240, 240, written bit. 260, 280, 280. 300, 320, 340, 360. 380, 400. 400. 420, 440. 450, 550.000, 550.000, 550.000, in the room. 600, 600, 600, Telefon. 650.000, 700.000, 700, Telefon. 800.000, 800.000, Telefon Bieter. 850, 850, 850.000, 900.000, 950.000, 900.000, 950.000. Eine Million Euro. Eine Million Euro. Das habe ich noch ganz selten hier sagen dürfen. Eine Million Euro, Telefon Bieter. Ich wiederhole es noch ein paar Mal. One Million Euro. Telefon Bieter zum Ersten. One Point One Million Euro. 1,1 Millionen. 1,2 Millionen. One Point Two Million. Eine Million 300.000. Eine Million 300.000. Eine Million 400.000. 1,4 Millionen Euro. Zum Ersten. 1,4 Millionen Euro. Zum Zweiten. Und 1,4 Millionen Euro. Telefonischer Bieter zum Dritten. Das hier heute wieder Rekorde aufgestellt werden, muss ich glaube ich nicht extra erwähnen. Das hier heute wieder Rekorde aufgestellt werden, muss ich glaube ich nicht extra erwähnen. Das hier heute wieder位置难em. Das hier heute wieder zu zwei Millionen Euro.